Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Komm, werden wir's. Ihr Schweigen kriegt uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht können Sie Stiefs an Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist der eine in einer Nervenklinik untergebracht. Damit Sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice-Geschwaffe. Das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Himmels. Scheiß Himmels. Das ist taken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020